Wer sind die Flitzpiepen? Hör auf wie die Frauen! Wer bist du? Das sind keine Flitzpiepen. Das sind Spitzenprofis. Hast einen guten Job gemacht. Das ist ein Supermarkt. Die lassen die Tageseinnahmen über Nacht da. Total easy. Escobar Roberto Messer. Den kenn ich! Bin ich doch, die Escobar. Hammer Typen, Boss! Wenn Sie wissen wollen, ob die Geico-Sicherheitsfenster vom Ideencenter LEMM wirklich halten, was Sie versprechen, dann verpassen Sie nicht zwei noch weniger glorreiche Halunken auf LEMMEN.de. Oh nein!